Tadeusimus! Tadeus, sieh dir mein neues Haustier an! Das ist kein Haustier, das ist ein wildes Raubtier! Stimmt doch gar nicht! Pass auf! Puls! Wie viele Finger halte ich in die Höhe? Stell dich tot! Ich würd dieses Ding nicht mal ins Haus lassen, wenn es Stuben rein wäre! Das war völlig unnötig! Also, wir gehen jetzt zu mir nach Hause und feiern ein bisschen!